Hallo Leute und jetzt zum noch einen Essenwerk von LOLFACE, das ist eine Beta, Beta V1.00, da hat sich nicht viel verändert, nein, das habe ich nicht angespielt, das ist so gewesen, der Stand, wieso auch immer, wenn ich den Stand hier geladen, komme ich genau zum Schloss, aber kann mich nicht bewegen, komme ich in das Level 0, auch bekannt als Bonus Game Level oder LS Level, ja, schießt weg, ups, sorry, also gehen wir mal nach rechts, Toria Level, ich speichere mal, P-Suits und kannst du sie wie eine Münze aufsammeln, neben ihnen im speziellen Itemblock, hey, du da drüben sind rote Turnblöcke, berühr sie bloß nicht, das wird die schwarze Turn, äh, warte, ja, genau, Okay, Tim, gut, Hm, What? Nein. What? Nein, das ist nicht. Nein, das ist nicht. Was? 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 Mal schauen. Ich habe jetzt einen silberen P-Switch. Und einen Doppelgrabe. Komm. Warte. Ja. Doppelgrabe geschafft. Hm. Oops. Äh. Oh nein. Na gut. Ah. Doppelgrabe. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ist es zu spät? Ist es zu spät? Sind Fehler gießen? Ich weiss es nicht. Oh nein. 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 Also, mal schauen... Hä? Warte... Das kann ich nicht vom Josse absprengen? Warte... Was? No! Ohn... Sehr schön, doch du niemals drauf, Quarter. Äh... Aha... Hab ich mir schon gedacht... Sooo... Tag... Nooo... Warte, schaffe ich das? Oh... Ich glaube, es muss dann da... Dann öpere... Wir kommen die Schramm-Ding... Ja... Schramm-Ding... Wie... Ähm... Sooo... Man, ich bin viel zu still. Irgi muss das doch gehen. Ah, warte, ich weiss ich was. Musik 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 Musik